Ist das hier ein Versteck? Könnte sein, ne? Tarot-Karten liegen. Oh, hier ist auch ein Versteck. Okay, Repel und das Ganze, dann könnte was werden. Können Sie mir ein Sign? Natürlich, je nachdem, wo da natürlich auch der Geisterraum ist. Aber wir haben hier unten schon mal, ich glaube, hinter der Uhr und hier hinter den Kisten. Ich glaube, ich lasse die Tür so ein bisschen auf. Können Sie mir ein Sign? Können Sie etwas machen? Ich höre auch nichts, ne? Alles relativ ruhig. Kein Knochen, kein nix. Hier ist Hasi. Hasi ist geportet, ne? Oh, Schränke haben wir. Sehr cool. Und hier, wie immer, können wir uns hier verstecken. Wo ist überall, wo ist überall ein Hasi? Oben im Kinderzimmer ist auf alle Fälle einer. Gehen wir mal hoch gucken. Wohl, hier lassen wir mal ein bisschen aufwachen. Falls ich hier durchflüchten will. Und hier raus. Okay. Vielen Dank. Jetzt erstmal nach der Sanity gucken, wenn das kein Demon war. Ja, ich bin mal bei 80% noch. Also entweder war es ein Goyo, der relativ schnell angepisst wurde. Weil ich so viel geredet habe. Oder es war halt eben ein Demon. Und es war weiter weg, sonst hätte ich das wahrscheinlich hier nicht überlebt. Also das wird lustig. Kannst du mir ein Sign geben? Kannst du etwas machen? Ja, hier ist was, hier ist eben F3, weil was geschmissen wurde. Hier ist auch ein Kinderzimmer, wo Hasi auch schon mal ist. Was wir nämlich jetzt zuerst machen ist, ich hoffe, dass ich mich hier jetzt nicht vertue und dass wirklich der Geisterraum auch ist. Aber wenn der echt so mies drauf ist, dann gleich erstmal schützen schon mal. Und das Gute ist ja, dass der Demon halt ja eben, eben, also wenn es einer ist, er halt hier so allergisch drauf reagiert. Heißt, das sollte uns ein bisschen Zeit verschaffen. Okay, hier lege ich mal eins hin. Und hier und Hoff. Oh, Freezing Hammer. Gut, aber das sollte ja reichen. Es hat ja irgendwie so 10 Meter Radius, glaube ich, wenn es wirklich einer ist. Okay, Freezing Temperatures haben wir schon mal. Oder es müsste halt wirklich ganz viel sein. Und es müssten, ähm, es müssten Mimics sein, der hat einen Demon kopiert. Also Evidences, Freezing. Demon ist noch da. Was hat der Demon nochmal für eine Nachweise? Demon hat Ghostwriting und Fingerprints. Also bringe ich jetzt erstmal schon mal gar keine Cam rein, sondern... Sitz hier wirklich auf eine Karte. Sitze hier wirklich auf eine Karte. Ja, Fingerabrennt. Wo ist er denn? Hat dir noch was angedetscht gerade? Kannst du das Buch schreiben? Gut, das kann jetzt natürlich dauern. Also das Buch kann ja sowieso schon eine Zeit lang dauern. Aber Fingerprints, was könntest du noch? Das können natürlich auch noch ein Hantu und ein Gin sein. Gin brauche ich glaube ich eher mehr 5. Was braucht da Hantu? Ah, wo ist er denn? Hantu bräuchte Ghost Up. Gut, habe ich jetzt nicht danach geguckt, weil ich gleich schon so Demon Vibes hatte. Was heißt Demon Vibes? Der ist mir gleich schon ins Gesicht gesprungen. Oh, ich bin wirklich low an Sanity. Ah, Motion Sensor müsste ich noch reinbringen. Kamera habe ich noch dabei. Ich hoffe, dass die Kruzifixe wirklich gut liegen und die mir vielleicht noch so ein bisschen Zeit verschaffen. Hier mal eins hin. Oh ne, das wollte ich nicht. Kannst du das Buch schreiben? Bitte schreiben Sie das Buch. Gut, das ist halt jetzt eben doof wegen den Kruzifixen, ne? . . Und dann geht's. Ja gut, aber ich bin mir halt eben fast auch schon sicher, dass es eine SOK-Motion-Sensor haben wir. Wir müssen also nur noch, was heißt nur noch, wir müssen nur noch repellen. Was ich aber mache, ich lege mir glaube ich wie neulich in Maple Lodge auch unterwegs nochmal hier so einen Sicherheits-Smudger hin. Ich hoffe nur, dass ich den dann auch finde nachher mehr an der Hand. Ich versuche halt eben hier nochmal reinzukommen. Wie heißt denn der nochmal? Can you write into the book? Eric. Eric Mordsley. Eric, can you write into the book? Eric, please write into the book. Okay, freezing ist noch hier. Eric Mordsley. Eric, can you do something? Can you move something? Eric Mordsley. Eric. Can you do something? Can you give me a sign? Are you here? Are you close? Can you write into the book? Please write into the book. Can you write into the book? Das ist halt eben noch so, was mich so ein bisschen, ich weiß, dass er das, dadurch, dass er nichts mehr macht, ist eigentlich so, dass das Zeichen, dass es ein Demon wahrscheinlich dann doch ist. Ich müsste halt eben die Crucifixe weglegen, aber ich habe halt eben Schiss, dass wenn ich das mache, so aggressiv wie er halt eben war. Okay, jetzt ist er da hinten irgendwo. So aggressiv wie der eben, halt eben war. Ich weiß, was ich jetzt, das habe ich gerade doppelt und dreifach gesagt. Please write into the book. Eric, write into the book. Komm, du machst doch auch EMF, weil du hier Sachen rumschmeißt. Eric, Eric Maudsley. Eric, do something. Give me a sign. Show yourself. Eric, write into the book. Ich weiß, das wird jetzt, wenn ich recht habe, ewig dauern, weil er halt eben durch die Crucifixe so ein bisschen blockiert ist. Oh. Ach, das war nur ein Ghost Event, du Sack. Reingelegt hat er mich. Reingelegt hat er mich. Aber hätte ja eben auch durchaus sein können, weil, ähm... EMF 5? Bist du doch ein Djinn? Bist du auf einmal doch ein Djinn? Ja, aber eben ging die Sicherung raus. Ich glaube, ein Djinn hätte die Sicherung nicht ausgemacht. Oder war das jetzt nur wegen dem Ghost Event auch mal kurz nur so ein... Könnte natürlich auch das, das, der, äh... Grund sein, warum er halt eben nett ins Buch schreibt, ne? Aber dann wäre es halt echt ein sau aggressiver Djinn. Und ich hätte auch nicht gesehen, dass die schon über 80% dann schon handen. Können Sie das in den Buch schreiben? Erich? Es ist noch freezing hier? Also es ist noch hier. Und eben war es ja halt in Anführungszeichen auch nur EMF 3. Erich, write into the book. Please write into the book. Erich Mordsley. Erich Mordsley. Erich, are you here? Are you close? Can you give me a sign? Can you write into the book? Please write into the book. Wie gesagt, wenn es wirklich ein Djinn ist, warum hat er dann so früh gehuntet? Bin ich jetzt wirklich auf der ganz falschen Fährte? Er macht halt aber auch einfach kein Ghostwriting, ne? Andere Ding ist halt eben, er macht halt auch, seit die Kruzifixe drin liegen, auch kaum mehr was, ne? Gut, er läuft da hinten hin und her. Erich Mordsley. Give me a sign. Do something. Please write into the book. Are you here? Are you close? Can you hear me? Egal, wir machen jetzt Repel, ob es jetzt ein Djinn ist oder nicht. Wenn ich ihn richtig smudge, dann sollte ich es auch mit einem Djinn schaffen. Okay, Kruzifix ist angefressen. Heißt, sollte gleich soweit sein. Ja, jetzt langsam, jetzt langsam kommt Eric in die Gänge. Can you write into the book? Eric, do something. Give me a sign. Eric Mordsley. Ich hau mich mal hier hinten hin. Weil, falls es tatsächlich ein Djinn ist. Eric. Er ist noch ein Ghost Event. Das war ein sehr langes Ghost Event. Eric Mordsley. Eric, are you here? Are you close? Can you give me a sign? Haben wir noch kein Ghost Writing gemacht? Der Stift liegt noch drauf. Eric Mordsley. Freezing ist auch noch hier. Also, er ist noch da. Eric, give me a sign. Do something. Eric Mordsley. Eric, do something. Nee, ist immer noch nix drin. Aber die Kruzifixe sind auch noch nicht verbraucht. Und wie gesagt, wer sich jetzt fragt, warum nimmt er denn die Kruzifix nicht weg? Ich habe einfach Schiss, dass wenn ich den Smudge Stick weglege und das Kruzifix halt eben die falsche Position lege, dass ich nicht mehr rechtzeitig das Ding gegriffen kriege. Ich panicke immer während Ghost Events und auch während der Hand. Und, äh, wenn es tatsächlich ein Djinn ist, ist es eh schwer zu schaffen, da der Sau schnell ist. Also, wenn ich es schaffe, dann wirklich nur, wenn ich ihn irgendwie Smudgen kann. Eric Mordsley. Eric, are you here? Can you hear me? Are you close? Eric Mordsley. Oh, meine Sanity. Ich muss mal gleich gucken gehen, zur Not. Dass ich auch noch rauskomme, ne? Dass ich hier wirklich jetzt ganz auf, auf Null fahre. Ja, ein Kruzifix ist jetzt verbraucht. Heißt, ähm, da hinten im Eck könnt ihr eigentlich starten, ne? Ist halt, wie gesagt, solange der, eigentlich, wenn der Djinn im Raum steht, ist das eigentlich doof, das hier jetzt so zu machen. Okay. Licht aus. Aber Tür ist noch offen. Aber ich glaube nicht, wenn, also beim Djinn wäre jetzt das Licht nicht ausgegangen. Weil die spielen zwar viel mit Elektronik rum, kann natürlich jetzt sein, dass der innen drin jetzt Sachen angemacht hat. Und, äh, deswegen die Sicherung rausgeflogen ist. Bien. Eric. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will nur gucken, ob jetzt Ghostwriting drin ist und dann... Nee, immer nur nicht. Das ist auf einmal doch was anderes. Can you write into the book? Please write into the book. Eric, can you write into the book? Please write into the book. Eric Maudsley, write into the book. Shit, hab ich jetzt hier alles auf eine Karte gesetzt. Und... Das ist jetzt aber doch kein Demon. Habe ich mich so auf die falsche Fährte locken lassen? Shit, ey. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Feuerzeug behalten. Ich wollte... ...Taschenlampe hier lassen. ...Taschenlampe hier lassen. Nichts, Okay. Ich wollte das Feuerzeug noch ein. Nichts, nicht. Okay. Nichts. Die Töne. Die Töne. Ich bin fast. Nichts. Nichts. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. es ist ein orb da es ist ein orb da ich habe mich echt geirrt ich habe mich also entweder ist es bist du doch ein mimic auf einmal was bräuchte der mimic noch ich glaube der braucht das build box ne der djinn bräuchte emf5 der djinn hätte aber auch kein orb ne oder der djinn hätte emf5 also dann würde der orb nicht stimmen ist sonst noch irgendwas dabei was ein orb hat als 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 er will dann ja da der hantou ne heißt also djinn fällt schon mal aus weil ein orb da ist das heißt es entweder ein hantu oder ein mimic und der mimic bräuchte spirit box okay bist du auf einmal doch ein mimic das wäre aber echt eine coole sache hätte mich dann hier aufs glatteis geführt weil halt eben wie gesagt gerade so am anfang so aggressiv kann man nicht mehr als 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 Du hörtest dich nicht so jung an, mein Freund. Ich habe jetzt leider, leider Knochen und Cursed Possession nicht gefunden. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr finden, aber ich habe Spirit Box und ich habe den Orb, also ist es tatsächlich ein Mimic. Und ja, sehr sehr cool, hat mich echt erwischt, weil ich gleich so in die Demon Richtung ging. Und das ist etwas, was ich mir echt angewöhnen muss, trotzdem weiterhin großflächig zu ermitteln. Ganz einfach, weil, ähm, oder ne, großflächig, also trotzdem, ähm, die Ermittlungen doch weiterzuführen oder, äh, durchzuziehen. Auch, äh, über den Tellerrand raus, ganz einfach, weil, ähm, es halt was anders sein könnte. Ich habe gleich so, war gleich so, ähm, auf den Demon fixiert und weil dann eben so EMF5 war, äh, gut, okay. Hatte ich ja gesagt, das könnte auch irgendwie ein Ghost Event sein oder halt zwischendrin mal so ein Peak. Aber, ähm, ja, dass es ein Gin ist. Aber gut, das kann ja halt eben auch der, vielleicht der Mimic gefakt haben. Ist jetzt schade, ähm, Chaos Possession, ich weiß nicht, wo der, wo der Knochen sein könnte noch. Habe jetzt auch leider nicht viele Fotos gemacht. Aber war eine witzige Ermittlung. Ich gehe jetzt aber auch jetzt nicht nochmal rein wegen Chaos Possession und, 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 und so was. Aber, war echt, war echt spannend. Mimics sind, sind nicht zu unterschätzen. Ja, okay. Habe halt eben den Bone Evidence nicht. Und halt halt eben, habe eben, habe eben wenig Fotos. Aber, ähm, hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil gleich schon diese, diese Halt...